klingt ziemlich logisch ja es geht weit nach unten mal schauen muss die kugel dabei die kugel selbst kann ich noch nicht bewegen hast du das gesehen ja da geht es ja auch nicht doch das ist so extrem spartulastig ist das ist ein bisschen schade sehr sehr schade ich bin danke bd1 oh scheiße ja ja ist hier das war aber schon richtig doch falsch keine Heilung, nichts bin ich doof? ach da, Handsprung werde ich mir doch gleich drauf kommen das Dimpick wäre jetzt nicht schlecht weggesäbelt noch einmal verdammt positiv positiv ich müsste jetzt drei Stimpack haben sollte ja nicht allzu weit wegspurnen wo noch bin ich jetzt wieder bei den Ziegen glaube ich bin bei den Ziegen oder also ich nehme die Hand über die bekloppten Ziegen alles genau ok einfach durch und jetzt noch mal schnell nach unten fahren und da unten alles kriegen und dort dann die neue Machtarität bekommen schätze ich mal ich tippe auf den Monsterstrom so nochmal nach unten düsen dann mal gucken dann dann ja heute ist Mittwoch dann weil das irgendwas rot ist das heißt entweder Christen macht Schuf hier ja was für die Gegend zu werfen macht eins von beiden tippe ich mal gut ich langs hier bin ich hässlich oder falsch gelang das ist ruhig was wurde rein D.O.T. erst mal ein bisschen ablenken von D.O.T. eine Ratte weg da ist nichts 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 nur da hinten alles zu ok sonst komm ich hab's noch mehr Rad ok ok dann halt nicht ok dann halt nicht derzeit sollte ich ja am D.O.T. nichts verpassen außer ein bisschen Battle-Parts zu sorgen die Werte hier vielleicht auch da nehmen wir eh nicht dran teil oder es ist eher Muss ich drauf springen, oder? Na, fast. Nee, 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 so nicht shit. Wenn's zurückkommt, oder? Auch nicht. Auch nicht. Ja. Der Tee macht auch Spaß, so ist es nicht. Auch nicht, what? Kommt er nicht rauf. Auch nicht. Der Tee war schon wichtig. Der Tee war schon. Der Tee war schon. Das hat die Peseln. Ja, das hat die Peseln. Nee. Kann doch nicht so schwer sein. Erstmal zumachen, damit es pendelt. Und dann ist die Zeitschleife vorbei. Was? Hahaha. Ist doch was gekommen. Naja, nettes Rätsel. Okay, nochmal. Das kommt entgegen. So. Kann die jetzt aber gleich weiter auch. So kommt es nur ein bisschen entgegen. Oder wenn es ein bisschen entgegen kommt. So langsam. Nee. Ich bin los. Ach, ich bin dumm. nicht fragen. Ich habe es nie gesehen. Secret? Nee, auch hier. Das ist gut. Speicherpunkt. Sehr schön. So. Lebenspunkt. Alles wurde reingestellt. War sowieso da. Das ist kein Thema. Fähigkeitsform haben wir nicht. Was wir lernen können. Gibt derzeit keine Fähigkeiten. Okay. Hier ist ein Treffer. Okay. Das ist ganz was Neues. Gehefe. Gehefe! Ah, okay. Okay, was auch immer das war. Haben sie bezwungen. So, hier musst du wohl rein. Das? Ach, das Pendel. Alles klar, nur das Pendel. Das ist okay. Ich dachte jetzt. Ich glaube, so was gibt es nicht, den ewigen Imperator. Guter Sprung. Scheiße. Komm mal. So, grün geschafft, alles gut. Ja, das hier soll ein Z-Fu sein. Die sehen noch ein bisschen aus, wie es sind. Das können nur Z-Fu sein. Das können nur Z-Fu sein. Das ist ein Z-Fu sein. Ah, das ist ein Z-Fu sein. 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 Wow! Das ist so verschachtelt. Das ist ein bisschen schade eigentlich. Wo mache ich jetzt hier ein Wind dann? Dann kann ich ja da oben springen. Ah, ein Lichtschwert löst wohl nicht alle Probleme. Cool. Das ist ja cool. Und hier? Komm ich nicht durch. Okay. Das kann ich ja nicht zersäbeln, das Ding dahinten. Wer baut denn so ein Tempel, wo du drinnen rumrennen musst? Also wir haben irgendwie so kurze Tentaken. Nee, nee, nee. Kennen wir schon das Ding? WD-1, step! Seine Heilung ist echt mal nicht schlecht. Okay, hier ist ein Z-Fu sein. Aber da komme ich nicht ran. Shit. Jetzt nur nicht sterben. Was ich jetzt hier brauchen könnte, wäre so eine Mini-Station. Wie gesagt, da komme ich nicht ran. Ich kann das nicht durchsäbeln. Ich kann nichts machen. Vielleicht bekomme ich da aber irgendeine Fertigkeit, mit der ich irgendwas machen kann. Ah, so ein Ding ist ja nicht verkehrt. Okay, hier ist das Hauptziel. Meine letzte Station war ziemlich weit weg. Ja, alles noch zu. Da sehe ich da jetzt schon, dass du dann später da, wo du zurückkehren musst. Okay, das ist dann später eine Abkürzung. Gute Arbeit. Jetzt bitte kein Gegner hier. Bitte, bitte, bitte. So, ich komm schon. Ich weiß, dass ich hier eben nicht rauskarte. Man geht doch eine Lehrstunde, so wie es aussieht? Au! Au! Konzentration! Jedi wollen keine Aggression, wir stellen uns gegen sie. Die Macht, sie ist unser Schild. Die Hindernisse auf deinem Pfad definieren den Pfad. Was im Weg steht, wird selbst zum Weg werden. Gut. Versuch's erneut. Gut, weiter so. Blicke immer auf den Ball. Jetzt schneller, schließt den Test ab. Was im Weg steht, wird selbst zum Weg. Warte, 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 warte. Wollen wir da reinrennen? Wollen wir uns erstmal eine Abgröpfung? Warte. Ihr habt's gebracht, also... Haha, scheiße! Oh, das Blut! Kammt! Dachte da wär so'n... mini punkt wo ich dann hier mit ihren könnte anscheinend nicht steht mein freund sie dir die details auf dieser rinde die unverwechselbaren streifen das kann doch nur ein rocher baum von kashik sein zeit für einen besuch bei einem alten freund wenn die seffo kontakt mit kashik stehen die chancen gut das häuptling taful darüber bescheid weiß logik glücker wenn der hier drin war und das hier gemacht hat wie ist er da durchgekommen ja Ah! Ah! Abin! Abin! Der liegt! Jawohl. Hammer, save! Der hat wahrscheinlich da oben einfach runtergeklettert. Das ist Jyotier! Fantastisch! Reizt die Feigenscheidung, Kashyyyk ist seltsam nach Kashyyyk, bevor ich da hingehe, öffne ich hier eine Portion. Ich finde, Kashyyyk Neufähigkeiten sind verfügbar. Ah, ein bisschen auswahl. Erweitert Macht, Regeneration, Macht Schub. Macht Schub! Hält Schub, kann Kai Truppens mitwerben. Du willst verlangsamen, kann Kai die Ziele komplett verlangsamen. Anvisierte Gegner werden länger verlangsamt. Maximale Macht wird erhöht. Luftangriff. Distanz. Warte bevor du einen Angriff ausführst. Warte bevor du einen Angriff ausführst. Lenkt Kai Plasterbeuten automatisch ab, deren er sprintet. Das ist Jyot. Kals maximale Gesundheit wird erhöht. Kals regeneriert zusätzliches Leben, wenn er ein Stim Behälter bekommt. Diesen Jyotier, die zwei. Also die drei hier sind Pflicht. Ich würde sagen erst die drei. Dann hier hinten die Regeneration hier. Und das passt dann. Du hast mal ausruhen, alles wiederholen, passt. Augenblüter Jedi, oder? Er hat die ganze Schule gemacht und hat alles vergessen. Also was ist passiert, dass der das alles vergessen hat? Wirklich alles. Es muss irgendwas traumatisches gewesen sein. Er ist bestimmt nichts begegnet. Da oben ist die andere Kuller da oben. Und da ist immer runtergekommen. Warte mal, wenn ich die jetzt hier unten raus bewege. Hier oben den Tisch. Okay, Kuller ist da drinnen. Hier öffnet sich ein anderer Gang. Muss man trotzdem den nicht erstmal machen. Ich habe da drinnen. Oh, ich habe das stimmig nicht. Ich habe da drinnen. Okay, dass die Schiene. Oder die Schiene. Ich habe da drinnen. Ach, das ist alles. Oh, das ist alles. Oh, da. Oh, das ist alles. Hinten hat sich was hier öffnet da oben? Wollen wir mal gucken. Wollen wir wissen wo es hingeht. Jetzt solltest du die Kulle hier oben reinschmeißen. Mag kann man die Dinger jetzt hier zu stürmen? Anscheinend nicht. Da solltest du auch eine Kulle reinwerben. Ob du hier alles reinwerben sollst. Geh rein theoretisch. Da brauche ich wie mein Bruder. Hier ist nichts. Ich dachte, das sind alles Sif. Die ganzen Sif. Was war das so bei denen? Moin Manu. Wenn du kein Jedi bist, dann bist du ein Sif. Möglichkeiten gibt es nicht. Aha! Das ist ein Lass auf dem Guller. Muss ich hier reinrollern. Obwohl hier auch noch irgendwas... Warte, geht es dann bestimmt auf dann. Halt! So, Guller gullert. Wird dann durch den Wind automatisch beschleunigt etc. Fliegt dann automatisch da hoch? Theoretisch. Warte auf. Jetzt muss ich nur irgendwie da hoch. Was passiert mit? Von hier unten kommt jetzt hin. Von hier? Nächste Kuller suchen. So ein Kuller Rätsel. Meinst du durch Fußpilz? Zweifelig. Und die Kuller? Wer bleibt hier noch? Ja, da riebt sie nicht. Doch dahinten jetzt lang. Warte mal. Hey, WD1. Wieso? 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 Mein Freund, dieses Grad ist überaus faszinierend. So, bewegt sich die automatisch? Nun ist der Guler frei. Durchboxen. Die Frage ist, wie kriegen wir die Guler rein? Gar nicht. Wie soll ich oben lang gulonen, oder? Okay, dann hier unten rein. Das Guler-Rätsel stammt aus dem Breath of Wild. Von Zelda. Die Guler schon automatisch lang in die Richtung. Und dann wird er dann automatisch hier oben. Da ist er. Hinten runter hier war er so. Ist die jetzt schon durch? Ah! Ne, da ist er. Die Guler-Rätsel stammt aus. Die Guler-Rätsel stammt aus.